Dass Sie nicht im Regen stehen, sondern das Gefühl haben, jeden Tag wäre Ihr Geburtstag, das ist das Motto der Salzburger Vorteilswelt. Egal ob Shopping, Kultur, Sport oder Kulinarik, hier warten viele Vorteile auf Sie, jetzt exklusiv für alle, die bei der Salzburger G.D.ZAMM Produktkombi nutzen. Wenn Sie jetzt sagen, das brauche ich unbedingt, das ist super, sensationell, oder einfach nur smart, dann beginnen wir mal und jetzt alles der Reihe nach. Werden Sie ZAMM Produktkombikunde. Laden Sie die Salzburger G Vorteilswelt App auf Ihr Smartphone. Locken Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein und Angebot auswählen, um bequem in der Vorteilswelt App einlösen oder sichern. ZAMM Produktkombikunde werden. Werden Sie ZAMM Produktkombikunde und Sie erhalten Ihre Zugangsdaten für die Salzburger G Vorteilswelt ein paar Tage nach Vertragsabschluss per E-Mail und SMS. Salzburger G Vorteilswelt App downloaden. Sie besitzen ein iOS oder Android Smartphone, dann laden Sie sich die Vorteilswelt App im App oder Google Play Store herunter. Mit Ihren Vorteilswelt Benutzerdaten einloggen. Im Anschluss melden Sie sich mit Ihren Vorteilswelt Benutzerdaten in der Profilfunktion an. Danach können Sie Angebote auswählen und bequem in der Vorteilswelt App einlösen oder sichern. Bestätigen Sie den Standort Zugriff und dass Ihnen die App Nachrichten schicken darf. Somit sind Sie immer up to date. So aber jetzt, jetzt können Sie in die Vorteilswelt eintauchen. Auf der Übersichtsseite sehen Sie alle Angebote, die Sie übrigens auch sortieren können, entweder nach Kategorie, nach Ablaufdatum, Standort oder Preisvorteil. Nun wählen Sie Ihr gewünschtes Angebot aus. In der Detailansicht finden Sie Informationen zum Produkt bzw. zur Freizeitaktivität und wie der Vorteil eingelöst werden kann. Es gibt übrigens zwei Gutscheintypen. Neben Gutscheinen, die direkt beim Kooperationspartner vor Ort eingelöst werden können, zum Beispiel das Angebot von der Scharfbeckbahn, gibt es auch Angebote, bei denen eine Reservierung erforderlich ist. Zum Beispiel das Angebot von der Pinsgauer Lokalbahn. Im Vorfeld wird der Gutschein über die Vorteilswelt App gesichert und anschließend die Reservierung direkt beim Kooperationspartner vorgenommen. Das können Sie über die App erledigen, entweder Sie verschicken eine E-Mail oder Sie rufen direkt über die App an. Und zu guter Letzt gibt es noch die Profileinstellungen. Hier können Sie Ihre aktuellen Daten verwalten. Das ist aber auch etwas für die Sparfüchse unter Ihnen, denn hier sehen Sie auch, welchen Preisvorteil Sie schon durch die Vorteilswelt der Salzburg bekommen haben, also wie viel Sie sich schon gespart haben. Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie ganz einfach unseren kostenlosen Kundenservice unter 0800 660 660.